Die Frage ist, wie lockt man Jobs besser in Talent? Wir haben uns ja im vorherigen Prozess angeschaut, wie man Jobs insgesamt locken können. Aber du siehst es vielleicht schon hier unten, über die Einstellungen geht das einfacher, nämlich indem ich dann die Komponenten im Job weglasse. Schauen wir uns das mal an, und zwar hier ist jetzt der Lock-Job-Better-Prozess. Wenn wir uns den insgesamt mal betrachten, siehst du hier unten ist nur noch ein Catcher drinnen, den ich leider nicht in den Einstellungen mit hinterlegen kann. Wohingegen wir hier diese drei Catcher mit den entsprechenden Datei-Outputs hatten. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe in diesem Job, habe den einfach als Duplikat erstellt und habe halt diese drei Catcher und die drei File-Outputs gelöscht. Und bin dann hier gegangen in den Reiter-Job und dann unter Stats & Locks habe hier genau diese Optionen aktiviert, die du siehst, und zwar Use T-Stat-Catcher, Use Lock-Catcher und Use Flow-Meter-Catcher. Habe gesagt, tun wir das in Files, in das gleiche Verzeichnis, wo wir vorher auch schon waren, mit den Namen, die einfach Talent vorschlägt, die also schon auch nicht mehr job-spezifisch sind, wie sie ja vorher bei mir noch waren. Und habe jetzt hier auch gesagt, für den Lock-Catcher, er soll Runtime-Errors, User-Errors und User-Warnings raus tun, also T-Dice, T-Warns und Java-Exceptions und er soll auch die Komponenten-Statistik, also T-Stat-Catcher für Komponenten, auffangen. Und was habe ich dann noch gemacht? Um mich an dieses Namensschema hier sozusagen anzulehnen, habe ich auch im Asset-Catcher-Output hier den Dateinamen angepasst, dass es halt nur noch Assert-File heißt. Und jetzt kannst du dich erinnern, wir hatten halt diese vier Files, die werden dann jetzt ein bisschen anders heißen, wenn wir den Job nochmal ausführen. Na, dahin wollte ich eigentlich. Und aber prinzipiell vom Format her und von den Inhalten die gleichen Inhalte haben. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, habe ich jetzt hier das Assert-File, das Lock-File, das Meter-File und das Stats-File. Und kann die viermal öffnen und dann siehst du hier wieder ähnliche Informationen wie Eben. Und das ist der Unterschied jetzt, wie du Jobs besser in Talent loggen kannst.